In Norwegen schießt ein 37-Jähriger an mehreren Orten im Zentrum der Stadt Kongsberg mit Pfeil und Bogen um sich, tötet dabei fünf Menschen und verletzt zwei weitere. Nun wird bekannt, dass die Polizei den Dänen schon seit einiger Zeit wegen Radikalisierungstendenzen auf dem Schirm hat. Den Ermittlern zufolge konvertierte er vor kurzem zum Islam. Demnach hatten die norwegischen Sicherheitsbehörden schon im vergangenen Jahr Befürchtungen, dass sich der Mann radikalisiert haben könnte. Die Polizei habe deshalb damals Kontakt zu dem Dänen aufgenommen. Der 37-Jährige wurde kurz nach der Tat am Mittwochabend festgenommen und befindet sich seither in Polizeigewahrsam. Medien berichten zufolge, hatte er auch ein Messer und weitere Waffen bei sich.